ich wünsche allen einen schönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen markt der bitcoin ist wieder über 21.000 dollar gestiegen der abwärts trend ist aber nach wie vor intakt welche szenarien jetzt möglich sind das wollen wir uns mal genauer anschauen den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds das mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handels empfehlung ausspreche gehen wir direkt rüber in die x-station und schauen uns mal die lage im wochenchart etwas genauer an der abwärtstrend ist ganz klar intakt es werden immer wieder tiefer tiefs und auch tiefer hochs erreicht eine trend fortsetzung ist immer wahrscheinlicher als eine trend umkehr und daher sollte man sich jetzt auf die potenziellen ziele auf der unterseite konzentrieren es gibt zwei interessante marken wir haben einmal das tief aus dem letzten jahr bei 15.440 dollar ungefähr und dann müsste man eben schon deutlich weiter unten ansetzen und zwar hätten wir hier einen wichtigen bereich bei 9.800 dollar warum so tief hier in diesem bereich gibt es keine wirklich starken unterstützung zumindest im wochenchart und daher könnte der weg eben dann auch frei sein im falle eines bruchs so wann könnte es denn auch vielleicht einen richtungswechsel geben auch darüber müssen wir sprechen insbesondere nachdem es ja in der vorwoche eine sehr starke erholung gegeben hat und zwar wenn das november hoch durchbrochen wird das november hoch wird in dieser woche getestet und warum ist das so wichtig von hier wurde der letzte abwärts impuls begonnen und das bedeutet dass hier mit sehr hoher wahrscheinlichkeit sehr viele stops liegen in diesem bereich und dieser bereich möchte also von den verkäufern um jeden preis verteidigt werden nachhaltiger bruch darüber würde also bedeuten dass viele händler ihre meinung über den markt ändern könnten und dann könnte auch der abwärts trend beendet werden das heißt auf der oberseite hätten wir dann ein ziel bei 25.000 dollar ungefähr das wäre also ein zwischen hoch von der langfristigen abwärts bewegung und diese ganzen zwischenhochs wären dann rein theoretisch potenzielle kursziele so das war's für heute mehr technische analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal